Hallo, ich bin Mirja, mache die Lehre bei Energiewässer Bern als Kauffrau. Und ich bin zudem wundervoll, was ich mache, dann komm mit! Ich habe mich für das KV entschieden, weil ich während der Homeschooling-Zeit viel mit Teams, Word und Excel arbeitete. Und mir die Arbeit dort eigentlich recht gut gefallen. Spezieller EWB ist, dass ich mit offenen Armen empfangen wurde. Wir können auch schon als Lernende recht viele Aufgaben hier machen und auch sehr grosse Verantwortung. Die Benefits, die die EWB bietet, sind eines das GEA, dann haben wir eine offene Du-Kultur. Wir haben alle Jahre ein bis zwei Lernende-Events, die von uns selber organisiert werden. Und wir bieten ausserdem für die sportlich Aktiven, die wir euch, die Sport-KV an. Die Tätigkeiten, die mir besonders Spass machen, sind erstens zu organisieren, weil ich auch sehr viel Verantwortung habe. Die Post mache ich sehr gerne. Und vor allem auch, dass ich die Verantwortung bekam, das dürfen zu machen. Auch zu organisieren war ein Teil, das mir sehr Spass gemacht hat. Vor allem, als ich dann in das zweite Lehrjahr bekam, habe ich einen vertieften Einblick ins Marketing bekommen. Und so habe ich dann die Abteilung für mich entdeckt. Wir Lernenden haben alle zusammen ein gutes Verhältnis miteinander. Und auch unsere Berufsbilder unterstützt uns sehr. Egal ob es schulisch oder privat oder auch im Betrieb. Und wenn auch du Lust hast, eine coole Lehre bei Energie Wasser Bern zu machen, dann bewirr dich jetzt bei uns als KV.